Finn hatte sich schon lange in Maria verguckt. Sie war eine Frau, die ihm dem Atem raubte, jedes Mal, wenn er sie sah. Heute war der Tag, an dem er beschloss, ihr seine Gefühle zu gestehen. In seinen zitternden Händen hielt er einen prächtigen Rosenstrauß, den er extra für sie ausgesucht hatte. Die Rosen waren tiefrot, frisch und duftend und Finn hoffte, dass sie Marias Herz berühren würden. Er klingelte an ihrer Tür und wartete nervös, bis Maria öffnete. Als sie ihn sah, strahlte sie vor Freude. Oh Finn, wie wunderschön, rief sie aus, als er ihr den Rosenstrauß überreichte. Maria war so gerührt von seiner Geste, dass sie ihn spontan in die Wohnung bat. Komm rein Finn, setz dich doch, sagte sie mit einem verführerischen Lächeln. Finn folgte ihr ins Wohnzimmer, noch immer ein wenig unsicher, was ihn erwartete. Als sie im Wohnzimmer ankamen, legte Maria den Rosenstrauß behutsam auf den Tisch. Dann, ohne ein weiteres Wort, begann sie sich langsam auszuziehen. Finn stand da, völlig überrascht und unfähig, sich zu rühren. Maria legte sich auf die Couch, spreizte die Beine und hauchte ihm ins Ohr. Das ist für die herrlichen Blumen. Finn, völlig perplex und ein wenig verstört, kratzte sich am Kopf und stammelte. Hast du keine Vase im Haus? Hast du keine Vase im Haus?